Logisches, hey ho, herzlich willkommen zu einer neuen Mörderfolge. Ich kann Mörder natürlich nicht alleine zocken, deswegen habe ich Stylex, Hattie und Michelle dabei. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr mehr Mörder wollt, legt einen fetten, logischen Daumen nach oben durch. Stylex, ist das dein Zauberstab? Bist du ein Zauberer? Hä, was für eine Stange, bitte? Hä, du hast eine Stange in der Hand. Ich hab nix in der Hand. Ich schwöre auf alles, du hast eine Stange in der Hand, Digga, du bist ein Wizard. Äh, die Dach ist entspannender, schlafen. Hey, ich hab auch nix im ersten Slot. Okay, lol. Wie wär's, wir machen es so, dass die Toten dann halt nicht reden, okay? Logo oder die Zauberer? Nein, ich will's doch nur anmerken! Lol, warum ist die Treppe schon wieder kaputt? Ich hab die doch erst gefixt. Hattie, komm her, Hattie, komm her. Aber ich bin kein Famerer. Aber du siehst so aus wie ein Zauberer. Wer hat die Waffe und wen erschießen wir als erstes? Okay, wer hat die Waffe und wen erschießen wir als erstes? Hattie. Ich hab nicht die Waffe. Warum erschießen wir mich jetzt als erstes? Wow! Ich hab als erstes Stylix erschossen. Jetzt fühl ich mich besser. Ich fühl mich... Ich fühl mich wie neu geboren. Solltest du dich schämen gehen. Warum? Weil man unschuldige Leute nicht erschießt. Okay. Jetzt wissen wir auch, dass Michelle Mörder ist. Super, perfekt. Hä, warum? Du bist Mörder. Das war halt richtig, lol. Wen schießt du wieder als erstes? Arnie. Nein, Hattie. Hattie, wir kommen von der gleichen Mutter. Wack es dich, mich zu erschießen. Was soll das auf Familientreffen auswirken, hä? Wo hast du diesen langen Stab her, Stylix? Ich weiß echt nicht, welchen. Habt du eins. Ich hab nur den Stab in meiner Hose. Are you a wizard? Stylix, du musst jetzt sterben. Warum? Du bist der Einzige, den ich kenne, der sein Langkabel ziehen kann, ohne auszutreiben. Krasse Scheiße. Okay, wer hat die Waffe und wen erschießen wir als erstes? So, damit man dich auch nicht mehr findet, okay? Ja! Hey, Hattie, wie geht's dir? Du wolltest mich rant again. Jetzt muss ich aus dir Leberpastete machen, verdammt! Hey, Michelle. Äh, ja, möchtet ihr rauskommen und ich töte euch? Oder wollen wir uns irgendwie treffen und dann massakrieren wir uns alle gegenseitig? Das find ich voll geil. Ich möchte zu meiner Mami. Hm. Die hab ich auch schon gekillt. Hä? Da bin ich alles kalt, Digga. Hilfe. Wo seid ihr denn? Kommt schon, es gibt kein Zeitlimit. Ihr wollt doch sterben. Oh, wer ist denn der sexy Boy? Ui, 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 ui. Hä? Ich hör was. Wo seid ihr? Ich hör zu mir. Doch, ich hör euch. Doch. Kann man sterben? Hm, ja, durch meine Klinge. Ich mein anders? Hm, eigentlich nicht. Echt? Das ist ja super. Michelle! Oh. Hallo. Michelle, du ertrinkst. Michelle. Du willst mich nicht retten. Doch, ich werde dich retten. Ich werde dich retten, Michelle. Okay. Ich bin ein Hubbard, okay? Ich bestick dich mit Sound. Ich habe dich gerettet, Michelle. Du bist ein zweiter verlorene Läppchen. Du bist nun an einem besseren Ort. Hey, Süßer. Komm raus, ich will dich aufessen. Aber ich will nicht gegessen werden. Na und? Wie wäre es, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Ich finde dich. Und schneide dich das Gerotter-Anze ab. Mag das Spiel nicht? Das Spiel habe ich mir erst neu ausgedacht. Ich spiele es immer mit meiner Verwandtschaft. Ich bin ein sehr guter Denker. Stylex. Hey, Stylex. Wie wäre es, wenn du rauskommst und mit mir ein Spielchen spielst? Ich meine das auch überhaupt nicht böse. Bitte, Stylex. Hä, na dann, dann komme ich raus. Wo bist du? Super. Ich bin gerade oben beim Ritter. Er kann uns da ja treffen. Genau, bei Thorsten. Thorsten. Thorsten ist ganz nett. Der beschützt mich immer. Egal, was passiert. Thorsten ist immer für mich da. Dann geh doch mal zu Thorsten. Stylex. Ich bin's. Marcel Davies. Ich habe mir Veraufregung in die Windel gemacht. Stylex. Hi. Nein. Ja, ja, ja. Aber dich immer wie Shade Slacks aufregen. Ja, Michelle hat jetzt mal die Seiten gewechselt. Michelles Internet läuft überraschenderweise extremst gut. Oh mein Gott. Du eiskaltes Stück. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Verstehe dein Problem nicht. Weißt du das? Ich bin hüpfst. Ich bin hüpfst. Dann bist du nicht. Ich hasse solche Leute. Weißt du das? Bist du jetzt einfach da runter? Nein, Mann! Hattie? Nein, lass mich in Ruhe. Nein, nein, nein. Okay, Hattie war es nicht. Wahrscheinlich ist es Stylex. Ich hätte Logo jetzt schon töten können, weil er seine Waffe gerade erst aufhebt. Dann verpiesel ich mich jetzt hier. Tschüss. Au. Okay, es ist Stylex. Okay, okay. Okay, keine Panik, Logo. Keine Panik. Ich schaffe das. Ich kriege das hin. Ich werde dich töten, du mieses Stück. Logo, wo bist du? Möchtest du zu mir kommen? Ja. Bist du da, wo du gerade U-Boot spielst? Du hättest einfach an ihm vorbeilaufen können. Okay, wer hat die Waffe und weder schießt wer als erstes? Ich habe die Waffe. Und wir werden mich als erstes erschießen. Nein, wir werden mich ganz bestimmt nicht als erstes erschießen. Wer hätte die als erstes? Wer dafür? Hey. Hallo. Hallo. Wieso schlägst du mich? Wer ist da hinten gerade runtergekommen? Ah, Stylex. Du bist ein Radio. Ah, das ist mein Bibi. Na weh, da schießen wir denn jetzt. Es wird langweilig. Also, ah. Happy ist es. Ähm, Stylex. Nosferatu. Okay. Ich liebe dich. Okay, halten wir fest. Also, Stylex ist Mörder. Michelle, hast du noch eine Waffe? Ja. Wo können wir uns treffen? Ich habe auch eine. Oh, nö. Da, wo man... Wo man ganz viel Lesespaß hat. Oh. Aber ich bin versteckt. Ich kann nicht lesen. Ja, das ist ja super. Spielen wir jetzt irgendwie Heidens Sieg? Oder was ist das jetzt hier für ein Psychospiel? Ja, ich verstecke mich gerade sogar wirklich. Ich auch, ja. Mit gespannter Waffe. Ich werde dich töten, Stylex. Na, habt ihr mich gerade gesehen? Nein. Nö. Ah! Was ist los? Hey, du bist hier nicht. Ich weiß. Michelle, gibst du einen Tipp, um mich dahin zu locken, dass ich sterbe? Dankeschön. Dankeschön, Michelle. Ich weiß das echt zu schätzen, ja? Das ist schön. Oh, da ist jemand. Oh, oh, nein! Nein, 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 nein! Also, ich horte übrigens auch auf meinem Computer geheime Bilder von Michelle. Versteckt in meinem .minecraft-App-Data-Prozent-Ordner. Hat sich da gerade Marcel Davies durch die Leitung gedrückt? Alter, das ist meine... Alles klar, Michelle. Ist okay. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem du endlich besseres Internet hast. Wer hat übrigens die Waffe? Ich glaube Hattie. Oh, Hattie, hi. Hentula! E-Beams! Was? Wo bist du? Hinter dir. Ich finde, am geilsten auf dieser Map finde ich eigentlich das Loch in der Treppe. Ich wollte gerade die Map zeigen, okay? Guck dir mal mittlerweile meine Tapete an, Junge. Aber ich sehe gerade, sie haben auch schöne Holz aus der südamerikanischen Baumwurren. Wen erschießen wir als erstes? Ich habe immer noch einen Wortwitz zum Bühstander. Hm, okay, hau mal raus. Ja, Bühstander hat auch einen Standard. Okay, für den Witz musste ich dich jetzt einfach töten. Gar nichts mehr. M. Ich habe... Ich habe jeden anderen getötet. Und du, was Mörder, stehst vor mir. Ich lecke. Da nix, Logo. Ich schwörs. Ich sag Hattie. Hm, total. Ja, hier, grundlos beschuldigen. Da stehe ich gar nicht drauf. Das finde ich auch unter aller Sau. Hattie, was soll das? Hey, Leute, ich bin's. Das Teletubby. Mami. Ich wollte Wottspielen. Ich habe dich getötet. Silence. Ich habe leckere Smarties. Ich habe auch Smarties im Angebot, wenn du rauskommst. Oh, geil. Wir könnten zusammen Einhörner jagen gehen. Oder zusammen Spaß haben. Wir setzen uns zusammen. Wir reden über unsere Probleme. Und niemand muss sterben. Kriege ich einen Keks? Ja, na klar. Einen relativ großen... ...Vierschokolade. Ich habe sogar das Ding wieder angemacht. Wollen wir uns vielleicht unten in den Keller treffen? Das ist aber so gruselig. Das ist aber so gruselig. Naja, aber hier warten meine Freunde. Wir haben sogar Süßigkeiten. Oh, oh. Oh. Lecker. Lass doch jetzt einfach Hattie töten. Die ist es safe. Wirklich? Ich bin mir zu 100% sicher. Bleib weg von mir. Ich bleib weg von dir. Keine Sorge. Aber wir könnten ein kleines Spiel spielen. Wie wäre es? Wir setzen uns zusammen. Spielen Monopoly Murder Edition. Klingt gut, oder? Ich habe Süßigkeiten. Leckere Getränke. Snacks. Hey, kommt doch raus. Longshot Bow Striker. Hattie. Du hast einen kleinen Schwanz. Ich weiß. Das war uns allen schon gar... Stylex auch. Wow, Stylex, Alter. Du hattest doch immer dieses... Wizard-Ding in der Hand. Hey, ist jemand im Keller? Oh, hallo. Nee. Oh, Hattie, hallo. Hattie? Hattie, was ist denn los? Oh, Logo. Ist mein Schatz hier in Ruhe? Ja, lass dich doch. Hattie, komm. Wir setzen uns vor den Kamin. Komm her, Hattie. Bei Fuß. Ich bin mit mir in der Luft. Oh mein Gott. Das war's mit der Minderfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe wirklich probiert, so viel es geht drin zu lassen. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann slidet unbedingt den Abo-Button durch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann, bleibt er logisch. Haut rein. Und logisches Cheerio. Ciao. Ciao.